Schere, ihr kleinen Malakas, und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Assassin's Creed Odyssey. Dieses Gebiet ist bewacht und beschützt. Du darfst doch hier nicht rein. Weißt du, wie viele das schon gesagt haben, Junge? Und zack, ich nehm's mir einfach. Zack und zack und schau. Ey. Prima. So. Okay. Und hier gibt's tatsächlich noch eine Quest. Eine Gelegenheit für Geschäfte. Ist nicht wahr. Aber nur noch diese zwei Fragezeichen. Hier muss ich nix mehr machen, ne? Nö. Unentdeckte Anführer. Obwohl, zählen Anführer dazu. Einfach Level 55, Freunde. Ich bin hier der Boss. Ja. Und mein Pferd ist der Vorboss. Hui. Ne antikes Zähle finden. Nö, Schatzbünder. So. So. Die Spongebob-Höhle abgeschlossen. Sehr schön. Oh, hier gibt's noch eine Festung. Kann ich hier etwa... Nein, nur ein Befehlshaber. Pfff. So. Nicht viel zu tun. So. Zack. Kriegsvorrat Nummer 1. Oh. Hallo. Jetzt nix. Oh. Uiuiui. Da ist er. Hab ihn. Oh. Ja, mach mal. Zack. Uiuiui. Oder ich hindere ihn daran, wenn ich's schaffe. Aber wahrscheinlich nicht, oder? Doch, ich schaffe es. Uh. Stell ich ihm hier schöne Falle. Komm mal her. Los. Hol sie doch. Hol sie doch. Hol sie. Uiuiui. Habt ihr das gehört im Hintergrund? Zack. Oh. Xyphos des Peleos. Das Schwert klang wie ne Geschlechtskrankheit. So, da noch den Schatz und dann nur noch der Befehlshaber. Na komm. Na. Und da ist er auch schon. Da ist der kleine Limmel. Komm her. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Junge. Und zack. Jeder kriegt was ab hier. Ja. Zack. Und nochmal. Hui. So, ich würd sagen, das war's. Ach so, hier geht's noch weiter. Okay. Ich hab das Gefühl, für die Quest muss ich eh anonym... Quest abgeschossen? Neue Quest würde los? Was? Keine Ahnung, Freunde. Alter, deine Freunde sind tot alle. Mehr hältst du nicht drauf? Und da ist natürlich ein Söldner. Komm her, Junge. So. 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 Du bist frei. Komm, ich nehm nicht mit. Nein. Kann ich dich auf Phobos legen, bitte? Phobos. Komm mal her. Bleib mal stehen. Platzieren. So. Wo müssen wir hin? Ach gut. Äh, 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 was ist das? Hab ich da ne Zeitquest erledigt etwa? Oh no. Na gut, eins nach dem anderen. Erstmal bringen wir ihn zu seiner Höhle. Hoffentlich war's das. Oder muss ich dann noch was machen? Noch ein Weingut? Oh, zack. Hey! Nein, Phobos, komm zurück. Phobos. Ich muss den auch abgeben. So, komm. Bitteschön. Weg hier. Das war's nämlich. Cool. Zack, haben wir den Ort hier auch abgeschlossen. Komm, Phobos. Wir machen gleich weiter. Müssen wir da noch was für den machen? Oh, was ist? Komm, was ist? Markus? Wer bin ich dem Rest der griechischen Welt vorzuenthalten, was ich zu bieten hab? Der hab ich ja ewig nicht gesehen. Was führt dich ausgerechnet nach Kos? Ich habe einiges über Böden gelernt. Offenbar ist Kephalen ja nicht der beste Ort für Trauben. Und die Leute hier lieben Wein. Jeder gesunde Mensch liebt Wein. Darüber hinaus ist Kephalen ja nicht mehr so, äh, nun, bevölkert wie es mal war. Eine Seuche kam von Chaos aus. Wie lange bist du schon hier? Schon lange hier? Lang genug, um mich als bester Weinverkäufer auf Kurs zu etablieren. Nun, dem einzigen Weinverkäufer auf Kurs. Die Einwohner werden schon irgendwann kommen. Du bist ziemlich weit weg von zu Hause. Das gilt auch für dich. Hast du gefunden, wonach du gesucht hast? Hab ich. Meine Mutter. Was für ein Zufall. Ich hab meine auch gefunden. Hier? Auf Kos? Da Kos ihre Heimat ist, ist es auch meine Heimat. Sag hallo, Mama. Moin. Mutter Markus. Das ist nicht deine Mutter. Es ist schön, sie zu treffen. Ich erkenne die Ähnlichkeit. Wir sind eine robuste Brut, sie und ich. Komisch. Ich weiß noch, wie du sagtest, deine Mutter sei vor langer Zeit gestorben. Richtig. Sie ist meine Adoptivmama. Wir stehen uns so nahe. Sie ließ sich nicht davon abbringen. Komm schon, Markus. Die Wahrheit. Also, Mama ist die Besitzerin des Weinguts. Als ihr Mann einen frühen Tod fand, sollte es versteigert werden. Dagegen mussten wir etwas tun. Also kamst du ihr zu Hilfe. Wie selbstlos von dir. Es ist lächerlich, dass eine wunderbare Frau wie Mama ihr eigenes Land nicht erben kann. Jetzt füllen wir das Weingut gemeinsam. Ist es nicht so, Mama? Du würdest merken, wenn sie anderer Meinung wäre. Es ist ihr Land, aber sie teilt es mit ihrem Lieblingssohn, mir. Schön, dass du deine Wege gefunden hast. Oder deinen Weg. Du hast ein hübsches Plätzchen in Beschlag genommen, Markus. Würde ich dich nicht so gut kennen, würde ich glauben. Du meinst es ernst. Ich habe viel zu lachen zur Zeit. Du hast nicht gelacht, als du in der Festung gefangen warst. Na, was das angeht. Ich habe da so ein klitzekleines Problem. Warum überrascht mich das nicht? Jedenfalls bin ich mir sicher, dass du mir helfen kannst, mein Freund. Ich kenne deine Referenzen. Natürlich. Ich höre. Raus damit. Du kennst mich. Ich borge ein paar Drachmen und wie aus dem Nichts nennt man mich den Schwindler von Kors. Das verdanke ich dem Kerberos, dem ich am meisten schulde. Der Kerberos? Erst der Zyklop und jetzt das. Sag nicht, er ist ein dreiköpfiger Hund. Mach dich nicht lächerlich. Es ist nicht so wie beim Zyklopen. Diesmal will ich ein Friedensangebot machen. Und zwar mit meinem besten Wein. Den besten? Trinkbar. Vielleicht. Alexius, du gehörst quasi zur Familie. Und da ich auch zu deiner gehöre, wirst du mir sicher gerne helfen. Glaubst du? Wirklich? Ich verspreche dir, diesmal kann ich dich bezahlen. Bring einfach meinen Wein zum Kerberos. Ganz einfach. Schön. Wie in alten Zeiten. Auf dich ist immer Verlass. Und der Kerberos bekommt einen guten Tropfen zum Abendessen. Bring ihn zu seinem Haus. Ich hoffe, der Kerberos beißt nicht. Naja, mal gucken. Oh, oh. So, markiere ich mir gleich mal. Beziehungsweise reite ich da vielleicht mal schnell hin? Oder wir reisen schnell. Weil, vielleicht kann ich das ja direkt abschließen. Okay. Komm aus. Komm aus. Da. Oder auch nicht. Was willst du jetzt noch? Geil. Okay, doch. Von mir. Du hast deinen Teil der Abmachung erfüllt. Nun ist es an mir das Gleiche zu tun. Nimm dies. Ein Tag wie jeder andere. Okay, doch. Sehr schön. Oh, 70 Holz. Finde ich gut. Finde ich gut. Komm, Phobos. Weiter geht's. Wir müssen zum Kerberos. So, und dann hier noch die drei, vier Fragezeichen. Oh, oh. Hier schon am Pinkeln. So, dann überbringen wir mal das Weinchen. Wo sind hier Silos, die ich zerstören soll? Ach, hier. Okay. Dann machen wir erst mal dit. So, zack. Sie werden ein fettes Kopfgeld auf mich aussetzen. Hm. Zack. So. Malacca. Wo ist der Schatz? Da oben. Oh, nee. Das ist... Geht jetzt nicht mehr dazu. Egal. Hier den Schatz brauche ich. Ah, da. Okay. Okay. Den Ort auch abgeschlossen. Dann haben wir hier noch was. Nee, ich renne einfach rein. Guck mal. Um den kümmere ich mich. Guck mal her. Oh, das hat geholfen. Das hat richtig gut geholfen, Freunde. Kein Kopfgeld mehr. Sehr schön. So, komm. So, leichter kommst du mir nicht. So, komm. Und runter. Junge, das ist so eine Routine mittlerweile. So eine Routine. Und jetzt übergebe ich den Wein. Und jetzt übergebe ich den Wein. Bist du der Kerberos? Wer will das wissen? Puh, nur ein Kopf. Ein Geschenk für dich. Hast du Markus Wein schon probiert? Der Beste der Besten. Was ist so besonders an ihm? Er ist süß. Er ist aromatisch. Vielleicht mag der keinen süßen Wein. Keine Ahnung. Aromatisch. Wenn du ein Weinkenner bist, wirst du ihn mögen. Sehr aromatisch. Ich lasse mich nicht mit Wein kaufen. Ich vergesse nie, wem ich meine Drachmen geliehen hab. Es ist ein Friedensangebot. Ein Dankeschön dafür, dass du so geduldig auf die Rückzahlung wartest. Hm. Dann trink mit mir. Wenn du ihn für so gut hältst. Äh. Klar, sicher. Ich trinke mit dir. Na klar. Bin ich jetzt tot? Hat Markus ihn vergiftet? Er war... Scheiße. Oh no. Upsi. Aber was soll ich jetzt tun? Ist das jetzt noch eine Quest? Muss ich den umbringen? Oder kann ich jetzt gehen? Mir geht's ja wieder gut. Ja, ich muss wieder zu Markus. Okay. So, dann. Würde ich sagen... Oh. Hier muss ich noch... Und... ...den Aussichtspunkt. Den Aussichtspunkt. Dun, dun, dun. Ich habe immer noch den Geschmack von Markus Wein im Mund. Hm. Nein. Komm. Aus des Anführers. Ich muss vorsichtig sein. Wir sind viele Wachen. So. Erstmal. Hin hier. Okay. Okay. Schatz Nummer 1. Kriegsvorräte. Hui. Kriegsvorräte. Und das war's. Okay. Unentdeckter Anführer. Bitte sei ein Kultist. Bitte sei ein Kultist. Bitte sei ein Kultist. Bitte sei ein Kultist. Ich könnte wirklich ein Kultist sein, oder? Ist das hier Kultistenwachen? Nee. Gibt's hier noch? Kultist. Komm mal her. Leider kein Kultist. Schade. Der Rest kann nicht mal... Drei... Dreikopfgeld, alles klar. So, dann holen wir uns hier noch den Aussichtspunkt, dann gehen wir zurück zu Marcos. Dann verlasse ich diese Insel. Weil dann sind wir hier durch. So, jetzt gucke ich mal schnell in das seltene Menü. Wo bin ich denn gerade? Rang 4? Ich bin Rang 4. Willst du mich verarschen? Okay, Level 55. Level 55. Was ist denn, wenn ich ihn hier umbringe? So. Ich kann auch mal gucken, ob ich irgendwelche Fähigkeitspunkte noch... So, hier war irgendwo... Genau, das... Das sind... Ich glaube, das ist dann noch eine neue Art Pfeile. Ist ja eigentlich völlig egal. Das Wichtige... Habe ich alles gelevelt. Das könnte ich noch machen. Ja, komm, das upgrade ich auch noch mal. So. 3 von 3, 3 von 3. Komm, dann machen wir hier noch... Ich verteile es jetzt einfach mal. Nein, jetzt mache ich hier einfach den Krieger voll. Verdammt! Zwei könnte ich hier noch... Ey, krass. Dann haben wir den Krieger voll. Hier muss ich dann noch gut was verteilen. Aber... Wir lernen es alles, Freunde. Wir lernen es alles. Ja. So, Markus. Da ist nichts mehr. Komm, ich bezahle das Geld von mir aus. Komm. Zack. Was kostet die Welt? Ich habe doch das Geld. Du kannst jetzt diese neue Pfeilart herstellen, indem du deinen Köchheim-Inventar-Menü auswählst. Zeig mal. Äh, hier. Aber drei Arten fehlen mir noch. Mann. Na, komm. So, mein guter Markus. Ich habe deinen Scheißwein selber getrunken. Ah, er ist zurück. Lass mich raten. Der Kerberos will noch eine Amphore bestellen. Von deinem Wein ist uns schlecht geworden. Das kann nicht sein. Das war mein Bester. Ich habe es überprüft. Wenn du ihn töten wolltest, hättest du es sagen sollen. Ich sagte doch, ich bin ein neuer Markus. Ich will niemanden töten. Ich tue das Richtige. Aber das ist gar nicht gut. Nein, das ist nicht gut. Der Kerberos wird sich dich vorknöpfen. Was soll ich tun? Was soll ich tun? Was rede ich denn? Alexios, wir schlagen zuerst zu. Ach ja? Du und welche Armee? Ich bin mit einem Halbgott befreundet. Er ist so stark wie ein Heer von 20 Soldaten. Du hast alle schon genau geplant, nicht wahr? Sie sind doch nur zu dritt. Bloß ein kleines Gruppchen Männer. Ein leichtes für dich, mein Freund. Drei? Meine Beste. Was glaubst du, warum man sie den Kerberos nennt? Weil sie drei Brüder sind. Drillinge. Einer bissiger als der andere. Klasse. Dann gibt es noch zwei andere, die sich rächen wollen. Ein Moment, ein Moment. Das heißt, zwei haben mein Wein noch nicht probiert? Also, was wirst du jetzt tun? Wir müssen sie erschrecken. Wie Mama sagt, eine Drohung ist wie ein Bär. Sehr beängstigend. Und ich dachte, das war es. Wir brennen ihren Hof nieder. Vor allen Dingen die Silos. Das ist keine gute Idee. Das habe ich doch alles schon gemacht. Das habe ich schon gemacht. Ich hoffe, es klappt. Aber ich bin skeptisch. Ich riskiere dafür, sie als potenzielle Kunden zu verlieren. Soll ich die Ernte auch vernichten? Das sind Kräuter. Harmlose Pflanzen für Heiler. Nur die Silos müssen weg. Fackel sie ab. Die habe ich doch gemacht. Hättest du nicht vorher sagen können, dass es drei von ihnen gibt? Ich dachte, das wäre klar. Drillinge liegen in ihrer Familie. Das sind viele Kerberosse. Hoffentlich vermehren sie sich nicht und kriegen Kerberos-Welpen. So, ciao. Ich werde zu ihrem Hof gehen. Mach ihnen richtig Angst. Ich bin sicher, es ist der Hof in der Stadt Astipalia. Dort hängen immer ihre Schläger rum. Der Hof in Astipalia? Die Silos sind abgebrannt und ich habe dort kein Kerberos gesehen. Was? Ihre Soldaten treiben sich immer dort herum. Ganz sicher. Da waren nur ängstliche Bauern. Keine Hunde und kein Kerberos. Vielleicht ist das gar nicht ihr Hof. Dann haben wir nochmal Glück gehabt. Aber er wird den Kerberos nicht aufhalten. Willst du, dass ich dich anflehe? Dann pflege ich dich an. Rette mich von dem Kerberos. Oh. Marcos. Habe ich dich in die Irre geführt? Ein paar Mal, ja. Vielleicht sogar ziemlich oft. Aber das war es jetzt für mich. Ich kann dich nicht beschützen, wenn du dir immer neuen Ärger aufhalst. Denk an den sonnigen Tag, an dem ich dich fand, Alexios. Damals warst du in Not und Marcos kam, um dich zu retten. Nun rette mich. Das habe ich längst gut gemacht. Das bestreite ich nicht. Aber der Kerberos kommt mit seinen Hunden und Handlangern. Und sie machen mich fertig. Beschütze mich und wir werden gewinnen. Ja, komm. Ja, ich mach's. Ich sag dir was. Du beschützt mich und kriegst dafür Mamas geliebte Streitachs. Sie war eine gute Kriegerin, ob du's glaubst oder nicht. Jibbi. Nun gut, retten wir dein Leben. Oh, das ist Musik in meinen Ohren. Jetzt wirst du mich nie wieder los. Deshalb tue ich, was ich tue. Gerade rechtzeitig. Ich höre sie schon kommen. Nun gut, Markus. Das ist das. Das ist das. Na, dann kommt mal her, Jungs. Das wird ja schnell gehen. Ich hab Angst um Markus irgendwie. Ich beschütze Markus. Ja, ich versuch's. Alter! Nee! Keiner geht auf Markus. Alter, was ist denn das hier? Sind jetzt die Bauern hier auch noch gegen mich, ja? Ich bringe sie alle um. Ich bringe sie alle um. So. Okay. So, komm. Hallo. Wir haben's geschafft. Schnell, da kommt ein Söldner. Gut, dann nehm ich die auch noch mit. Komm her. Boah, die hält ja viel aus, ey. Scheiße. Komm her. Verdammt. Gut, dann komm mal. Ich hab zuerst so nen feißen Wolf hier. Komm her jetzt. Komm her. Zack. 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 Und Feierabend. So. Stiefel eines persischen Kriegers. So, können wir jetzt? Was ist jetzt? Muss ich den auch noch, oder was? Wir haben es geschafft. Ich würde sagen, ich war unbesiegbar, aber ich will es nicht beschreiben. Ja, deshalb lebst du noch. Ein Scherz, ein Scherz. Ich verdanke dir alles, Alexius. Dafür bekommst du dein Leben lang gratis Wein und meine Freundschaft. Du glücklicher. Oh, und Mamas Axt. Ab jetzt wird das Leben einfach und das verdanke ich dir. Wie eigentlich immer. Ein weniger dramatisches Leben ist genau, was du brauchst, Markus. Geh und erlebe Abenteuer. Komm jederzeit auf einen Schluck Wein vorbei. Nun, das werden wir noch sehen. Wow. Endlich ist diese Questreihe abgeschlossen, ey. 44.000. Okay. Freunde, wir sind hier auf dieser Insel fertig. Ne? Jo. Ja, 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 ja. Okay, dann. Muss ich mal gucken, wo wir als nächstes hin müssen. Da haben wir. Da ist nix. Da. Dann müssen wir tatsächlich hier weitermachen. Oder ich kümmere mich hier um Samos. Hier ist ja auch noch was zu tun. Vielleicht wäre das erstmal gut und dann... Weil hier die Inseln sind abgeschlossen. Hier auch. Ja. Würde ich sagen, machen wir erstmal Samos. Dann machen wir hier unten weiter. Hier ist noch viel zu tun. Viel zu tun. Viel zu tun. Das machen wir dann in der nächsten Folge alles. Dann würde ich sagen, gucke ich mal, dass ich vielleicht noch irgendwie nach Samos komme. Aber hier ist kein... Hier kann ich nicht anlegen, ne? Pass mal auf. Dann fahre ich mal kurz hier hin. Was sagt die Zeit? Mach nochmal so einen kleinen Schlenker hier rum und dann hier her. Ist das ein guter Plan? Ich denke doch, Freunde. Das ist ein guter Plan. So, nochmal schnell die Adrastea gerufen. Und da sind sie auch schon. Let's go. Mädels, geht wieder los. So, wir müssen als erstes hier hin einfach. Also, hier reicht er schon. Und dann wieder nach rechts. Oh mein Gott. Soll'n das? Ah, Freunde. Wir sind auf einem guten Weg. So, und das müsste dann Samos sein, ne? Da drüben. Sieht ja auch nicht so groß aus. So. Ist das jetzt aufgedeckt? Ja, ist es. Ist es, Freunde. Okay. Dann setze ich mir jetzt noch einen Marker hier. Und wir segeln nach Samos. Liebe Spartaner, greift mich nicht an. Ich bin einer von euch. Natürlich, Barnabas. Was für eine Frage. Okay. Guck mal, das sieht auch nicht aus, als gäbe es da eine Stadt. Das ist nur so eine bewachsene Insel. Bedeutet, wenig zu tun, oder? Lass mal kicken. So, Robinson Crusoe, bist du hier irgendwo? Oder Jack Sparrow? Lass mal gucken. Noch nicht freigeschalten? Ach, come on. Aber da waren Stifte auf der Karte. Das heißt, hier muss es zumindest ein Lager geben. Wie sieht es jetzt aus? Ja, jetzt haben wir hier was freigeschalten. Okay. Aber es sieht nicht so krass aus. Also, hier ist ein Fragezeichen. Guck mal, hier müssen wir gar nichts tun. Vielleicht müssen wir das doch, wegen einer Quest. Aber, das haben wir nächste Folge im Handumdrehen, haben wir das abgeschlossen, Freunde. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Einen Moment, Freunde. Es tut mir leid. Das Schwein will es noch wissen. So, in der nächsten Folge sehen wir uns wieder. Mit Blick auf unser Schiff verabschiede ich mich. Danke fürs Zuschauen und bis morgen. Ciao.